Neben den Maskenfunktionen und den Masterclip-Effekten sind die After Effects Text Templates das dritte große Highlight in Premiere Pro CC Version 2014. Öffnen wir hierfür mal eine spezielle Sequenz und wir können sehen, dass ich hier schon einen Dynamic Link aus After Effects mit einer animierten Bauchbinde platziert habe. In der Vergangenheit war es so, dass wenn ich den Text jetzt ändern wollte, dass ich dafür extra zu After Effects gehen muss. Und das kann ich jetzt hier viel einfacher machen. Wir öffnen mal diese Instanz von meinem After Effects Dynamic Link im Quellmonitor-Fenster und wechseln jetzt mal hier in die Effekteinstellung. Ich versuche das Fenster mal parallel neben den Quellmonitor zu legen. Wir sortieren das Ganze hier mal so ein bisschen um. Ungefähr so. Jetzt kann ich das hier ganz gut sehen. Wir können jetzt hier auch mal reingehen und neuerdings lässt sich hinter diesem Schraubenschlüssel in der Premiere Pro CC 2014 Version auch das Transparenz-Raster einblenden, so dass wir jetzt hier die Transparenz der After Effects Animation besser beurteilen können. Wir sehen auf der linken Seite zwei Felder, nämlich Name und Funktion und die kann ich jetzt hier entsprechend ausfüllen. Und wir sehen jetzt, dass das Ganze sowohl im Quellmonitor wie auch in der Sequenz entsprechend angepasst wird. Wenn ich jetzt einen neuen Text brauche, dann brauche ich nichts anderes zu tun, als diesen Titel, diesen Dynamic Link zu duplizieren. Also mit einem Rechtsklick kann ich jetzt sagen, ich möchte das Ganze duplizieren, bekomme jetzt hier einen zweiten und wir nennen den jetzt mal um am Hafen und ich ziehe diesen Dynamic Link auch rüber in meine Timeline. Hier kann ich jetzt entsprechend hingehen, sehe als allererstes mal noch den gleichen Titel, aber wenn ich jetzt die Taste F drücke, öffne ich jetzt sozusagen das Original, also diesen Clip und ich kann jetzt das Ganze hier überarbeiten und sehe jetzt hier in meinem zweiten Dynamic Link die Aktualisierung. Wichtig ist, ich kann pro Instanz nur einen Text ändern. Würde ich jetzt praktisch zweimal den gleichen Dynamic Link verwenden und würde einen davon ändern, würden sich alle ändern. Wichtig ist, dass ich hier entsprechende Duplikate platziere. Wie bekommt man so einen Dynamic Link zwischen After Effects und Premiere hin? Das ist jetzt insofern keine neue Funktion, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das auch kurz zeigen. Deswegen, ich gehe dazu am besten hier auf Datei, Adobe Dynamic Link und sage jetzt After Effects Komposition importieren. Dann kann ich hier entsprechend hin navigieren zu meinem Verzeihnis, wo das After Effects Projekt liegt. Hier haben wir es, After Effects Projekte. Dort wähle ich dann die entsprechende Komposition an und bestätige das Ganze mit OK. Jetzt haben wir auf die Art und Weise sozusagen unseren Original Dynamic Link. Wie kann ich jetzt sicherstellen, welche Textbereiche in After Effects hier entsprechend zur Bearbeitung zur Verfügung stellen? Weil wir sehen, dahinter sind ja auch Texte. Warum kann ich die in Premiere nicht bearbeiten? Schauen wir uns das Original einfach mal an. Ich wähle jetzt hier das Element an und sage einfach mal bearbeiten, Original bearbeiten und schaue mir das Ganze in After Effects an. After Effects wird jetzt hier entsprechend kurz gestartet und wir sehen jetzt hier unseren Titel. Damit man überhaupt in Premiere Texte bearbeiten kann, muss man einmal in die Kompositionseinstellungen gehen. Und hier unter den erweiterten Funktionen muss die Vorlagenfunktion aktiviert sein. Wenn die Vorlagenfunktionen aktiviert sind, können alle entsperrten Textebenen in Premiere Pro bearbeitet werden. Das bedeutet im Einzelnen, ich erzeuge eine neue Komposition. Komposition, neue Komposition. Wir nennen die jetzt einfach mal neuer Titel. Okay. Und wichtig ist in der erweiterten Funktion, dass ich jetzt die Vorlagenfunktion aktiviere. Ich bestätige das Ganze mit okay und kann jetzt hier einen entsprechenden Titel setzen. Nennen wir das Ganze hier Text1 und machen den vielleicht mal ein bisschen größer. So ungefähr. Und aus den Effekten und Vorgaben nehmen wir jetzt einfach hier und da Animationsvorgaben. Text. Animate in. Sagen wir hier. Was haben wir da schönes? Zentrierte Spirale. Den weisen wir mal zu. Was auch immer das macht. Sehen jetzt hier. Ach du meine Güte. Der Text wird auf jeden Fall lustig. Animiert. Sehr schön. Okay. Wenn ich jetzt diesen Titel in Premiere benutzen wollte, so würde ich folgendes machen. Ich lege mir hier Premiere in den Hintergrund. After Effects da drüber. Und kann jetzt meinen neuen Titel hier entsprechend rüber ziehen. Da können wir jetzt sehen, der neue Titel steht jetzt hier zur Bearbeitung zur Verfügung. Transparenz Raster blende ich mal aus. Wir sehen jetzt hier entsprechend unsere Animation. Und hier der bearbeitbare Text. Ich kann also jetzt hier einen neuen Text einfach eingeben. Soweit funktioniert das Ganze schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt eine zweite Textebene hinzufüge. Nennen wir sie Text 2. Und ich gehe zurück zu Premiere. Dann sehe ich, ich habe jetzt hier zwei Texte, die ich entsprechend bearbeiten kann. Wenn ich diese Textebene aber sperre, dann sehe ich, dass ich hier nur einen Text bearbeiten kann. Das heißt, entsperrte Textebenen lassen sich in Premiere bearbeiten. Denn gesperrte Textebenen sind in Premiere sozusagen nicht veränderbar. Wir haben jetzt gesehen, wie ich in Dynamic Links zu After Effects die Texte innerhalb von Premiere entsprechend noch verändern kann. und dann steigen die Textebenen. Ich kann die Textebenen auf . Wo ihr meistens in PiSk rer итогen? Es gibt heute zwar die Textebenen erfreundlich.